Hallo und herzlich willkommen zum nächsten paar Twitches Menschen 3. Das letzte Mal hatten wir ja fast vom Pianisten kassiert. Mal schauen, wer oder was uns in Stockwerk Nummer 6 heute erwartet. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der heutigen Folge und los geht's. Ach ja Leute, falls euch das aufgefallen ist, mit eurer Spende habt ihr mein Wohnzimmer in ein wunderschönes Twitch-Violett gehüllt. Denn durch eure Spenden werden meine U-Lichter hier violett. Was ist los? In welchem Stock bist du jetzt gefahren? Sechs? Sieht richtig geil aus. Also man muss wirklich sagen, das Spiel sieht optisch richtig sexy aus. Also bei den Statuen kannst du sicher irgendwas tun, oder? Das funktioniert aber zu 100%. Oh, jetzt bekommen wir ein bisschen schöne Musik auch noch. Ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Nimm mal dein Luigi und geh doch das Gitter durch. Ja, du musst schon anziehen noch. Da geht's jetzt aber. Da kannst du jetzt sicher raufschießen auf das Runde von denen. Ich bin schon gespannt, wann wir zu dem Teil kommen, den ich bei der Gamescom angezockt habe. Das war, wo war das? In so einer Arena war das? Ich glaube, wir werden uns später, wenn wir beim Professor das nächste Mal sind, werden wir uns den Knochen noch holen. Ja, dann. Hast du das rechte Vordere probiert? Ja, dagegen nicht. Wusste ich's doch. Bei dem Vorregen, wo man nicht durch konnte, waren da auch Fässer nehmen? Nein, aber gar nicht. Oh, oh. Oh, was haben wir hier? Das würde ich mal sagen wäre jetzt wieder so ein Fight. Ja, das sieht wieder so ähnlich aus wie das mit dem Voxel-Boarder, das ist cool. Cool gemacht. Ja, egal. Wollen wir noch einen nehmen? Ne, ne. Ja, gönnt sich. Ah, das war das, was wir bei der Gamescom gemacht haben, Gaut. Ja, kommt ihr. Oder? Oh, 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 oh. Oh, vielleicht kommt das nicht. Oh, ich komme auf blöde Gedanken. Oh, oh, oh. Oh, oh. Schauen wir mal. Oh yes! Hier ist das. Siehst du das? Ja. Aha. Wahnsinn, oder? Ja. Alter, da gibt es so viele unterschiedliche Juwelen. Ach, Mann. Ja, für jedes Stockwerk vielleicht, hä? Das kann sein, ja. Musik? Was war jetzt Schwert? Da ist aber noch ein bisschen was zu tun. Fisch. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja, das war das. Warte mal, da muss man nämlich hier... Warte mal. Verpisst euch! Ich wusste es! Jetzt. Ja. Hier kann man auch aufladen. Weil sonst geht das mit dem Stick nicht. So. So. Jetzt müssen wir die nehmen. Dann hier ansaugen. Oh, das war noch gar nicht das. Dann war das hier unten. Ja. Oh Mann, oh Mann. Oh! Vollidiot! Jetzt habe ich einmal zu viel drauf gedrückt. Hamburg meine Perle. Jetzt habe ich mal looten immer. Lebt der in Hamburg? Ähm. Weiß ich gerade nicht. Oh. Aha. Oh. Oh, weil ich immer zweimal drauf drücke. Gleich wäre es wieder passiert. So, der zieht hier an. Dann wechseln wir. Dann kann der Kollege rüber. Dann kommen wir wieder zurück. Wie kann man da rein? Von der anderen Seite vielleicht, oder? Oder auch nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oh shit! Oh Mann! Oh Mann! Er hat mir gerade... Oh Mann! Ich habe mich gerade geohrfeigt. Ja, das ist gleich. Boim, du machst das nicht auf mich hier. Wo ich von dem leben wir. Wo Luigi geohrfeigt wird. Komm schon raus nochmal. Du hast dich nie. Hm? Hm? Was? Hä? Die scheiß Mäuse. Was ist dahinten? Wo? Da wo immer ich schreibe. Was? Nicht über die Bananen. Scheiß Bananen. Ja, da drüben ist auch noch sein letzter Kuss. Aber jetzt aber. Komm. Der da hinten schießt dann die ganze Zeit mit dem scheiß Bananen. Aber wenigstens macht das nicht so extrem viel Schaden. Ja. Da ist noch einer. Ne, das war jetzt noch 3. Ne, das ist wirklich. Das ist 2. Habe ich denn einen jetzt eingesorgt? Fertig? Ja. Und eigentlich aufgebaut. Ja. Ja. Das war der. Das war der da drüben. Ja. 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 Und jetzt. Das weiß ich nämlich noch von der Gamescom. Und dann mal das aufmachen. Ups. Das hier aufmachen. Und irgendwo war eine Kiste glaub ich drin. Oh, da war ein Schlüssel. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Aber, warte, warte. Siehst du das? Das habe ich bei der Gamescom nicht gesehen. Haha. Ich habe jetzt gerade was gesehen. Hast du es auch gesehen? Nein. Ne. Hilfe. 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 Ja, guck mal. Ja, geh mal da. Ah. Du siehst du es noch immer nicht? Nein. Das hat dich gemeint. Ist da ein Diamant drin? Nein. Ein Geist. Toll. Ein Goldener. Das ist so schlimm. Das ist so extrem schwer. Das ist eine Gegenstelle. Ah, jetzt auch. Na ja. Soll ich schön aus. Ja. Da kann man auch noch durchschauen. Was sieht man da? Leider. Okay. Vielleicht kannst du das ja mit... Ah, da kann man auch durch das Fass durch. Schau. Ah, da oben ist eine... Siehst du? Da oben ist ein... Ja. Ähm... Juwel. Ja. Das habe ich bei der Gamescom auch nicht gefunden. Aber da war es ja egal. Da war es nur der Temo. Der Temo. Was? Jetzt wird es ernst. Jetzt wird es ernst. Oh. 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 zweimal das muss ich das machen was hat das jetzt für einen Sinn? weg! oh! hä? hä? das war nicht warte mal ist hier irgendwas was ich irgendwie kann ich das hier anziehen ah hier ist ne Fackel warte mal so zack das nehmen wir jetzt zeigt die Fackel und jetzt kann ich das hier auch fackeln kann ich das wegspucken zieh dir das an wer kommt auf solche Ideen bitte kannst du mir das erklären? keine Ahnung kein Nintendo halt richtig geil holen wir uns oh nicht wieder runter nein 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 holen wir unseren Fluid schon wieder zurück und beginnen uns da rein da sind wir gestartet oder? oder? ich weiß es nicht mehr ich das ist schon wieder so lange her eigentlich gar nicht wusten wusten ja da ist auch noch was wie kann ich da rauf kommen? schieb das nochmal ein bisschen hoch was jetzt? genau holen Luigi zu dir floppy was soll ich jetzt machen? rauf auf die Tasse dass Luigi zu dir kommt ja genau jetzt drehst du das Rad nein nein ich hab mir gedacht da ist so ein Fuß runter gefahren ja das war jetzt mal komplett für neusch ah warte hier ist auch noch so ein Ding schau ah warum einfach wenn es kompliziert auch geht ja warum komme ich da immer mehr? verschwindet jetzt hauge ich mal das ganze Loch da aus das hat aber so ausgesehen wie so eine Tür wäre die sich nachdreht weißt du was ich meine? so ein Sarg Alter was man da alles noch entdecken kann das habe ich alles nicht gesehen damals aber wir brauchen das sowieso hast du gesehen für der Umfall oh okay aber ich glaube ich weißt es nur noch den wenn du oh gehen muss wunderbar ja aber hast du dir was da ist ja links auch so eine Kugel an der du ziehen kannst ja ja auf der anderen Seite musst du auch auf der anderen Seite musst du auch ah ist da auch ein Schwertchen drin? im Stich ich weiß gar nicht ob das so gleich ist wie damals äh ja der König hä was ist die jetzt? ja jetzt gehen wir jetzt gehen wir mal ein Ego zu ja ja ich bin eigentlich froh dass es nicht zu extrem viele sind ja ich bin eigentlich froh dass es nicht zu extrem viele sind ja okay das geht ja eigentlich noch ja das geht ja eigentlich noch bis auf den das Ding komplett entholt ja 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 das ging das ging auf alle Fälle klar Mann was ist mit drin? ha 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 wieso meins so ha ha weil du da mit dem Fluid hier rein musst um den Schlüssel zu holen oh ha 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 aber schau mal da ist Wasser siehst du das? ha 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 das ist schön dass der das in der Zwischenzeit hält ja Oh, scheiße. Warte mal. Oh nein. Ne, lass mich in Ruhe. Raus, 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 raus. Die Schweine. Die wollten meine Luigi killen. Ja, und dir deinen Schlüsselklan. Ja, guck mal, das geht immer weiter zu. Raus, 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 raus. Perfekt. Oh, da werden wir drin gewesen. Schau mal, das geht noch immer weiter. Ja. Komm mal, noch mal. Jetzt wäre es vorbei gewesen. So, kommen wir jetzt in die Arena oder nicht? Hm? Ja. Bitte Frage. Nein. Oh mein Gott, das ist viel komplexer als... Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt müssen wir wieder auf Luigi wechseln. Denn der ist resistent gegen diese Pfeile. Da fliegen noch mehr Tomaten rein. Hallo? Ist das was? Ähm, ich weiß schon. Jetzt noch mal kurz hier rucken. Ne, da ist nichts mehr. So. Genau, dann wechseln wir. Gehen Luigi dann da hinten rein. So funktioniert das. Ich dachte mir schon. Sondern müssen wir da auch noch ein paar Tomaten holen, oder? Keine Ahnung warum, warum muss ich das eigentlich machen? Ich dachte mir zuerst, ich muss da so mitlaufen. Dann immer hin und her wechseln. Damit er hinter der Lore quasi sicher ist. Aber es gibt ja zwei. So, wechseln wir da. Und dann können wir ohne Probleme da vorbei. He, he, he. Was ist denn müde euch? Komm wieder. Zack. Und rein mit dem geilen Gesindel. Dann gehen wir hier rein. Oh. Ich hab da schon so eine Idee, was da gleich passiert. Ja. Das macht aber glaube ich mir auch was aus. Also dem, dem Grünen. Dem Luigi macht das glaube ich auch was aus. Ah, hier fährt er vorbei. Zack. Durch. Und. Oh, der ist einfach... Hä, den hat sich jetzt einfach mitgezogen. Komm zurück, Luigi. Du hast deinen Job getan. Bis jetzt. Oh, hier haben wir ja wieder eine Wand. Ah, ne, ne, ne. Ah, da ist wieder eine Tür. Da versteckt er. Königskammer. Wow. Puh. Der Bosskampf. Der nächste Bosskampf sagen wir so. Oh, 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 oh. Ah, okay. Ich sehe schon, der hat so ein Ziel auf seiner Brust, da werden wir dann drauf schießen müssen mit diesen Pümpel. Ah, wie bekomme ich ihn mal dazu, dass er mal Stihilton hält? Warte mal, eres immer hinter dem Schild. Immer. Kurz bevor das er... dass er zustoß ist er nicht vor dem Schild. Das probiere ich jetzt aus, ich werde wahrscheinlich dabei drauf gehen, aber... Oh mein Gott, das war's. Oh, ah, nein, 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 oh, das war ziemlich ein riskantes Schild holen. Oh mein Gott, auf den Scheiß soll man mal drauf kommen. Oh, schnell herzen. Und jetzt feuert er aus allen Rohren, so wie sein Drahtesel ausschaut, jetzt ist es wirklich sprichwärtig ein Drahtesel. Oh mein Gott, oh der ist noch nicht fertig. Hilfe. Jetzt habe ich ihn von seinem Drahtesel runtergeholt und jetzt muss ich ihn nochmal richtig durchverprügeln auch noch. Das ist ja gleich nicht mehr so groß. Ohne sein komisches Pferd und ohne seine fette Rüstung. Komm jetzt. Ist er gleich nicht mehr so riesig. Ja, so geht das. Ihr braucht gar nicht Buhen, ihr Pappmaché-Clowns. Oh, was haben wir für eine Nummer bekommen. Ich verstehe nix. Die Eins. Ja, da hätten wir ja noch wetten können drum. Die Fünf haben wir aber glaube ich schon, oder? Weiß ich jetzt nämlich gar nicht. Es ist so geil sein Geräusch, wenn er rumläuft. Ritter mit dem Bobka. Ah. Geil. Er müsste hier nicht irgendwo noch einer meiner Freunde jetzt sein, wenn ich einen Gegner besiegt habe. Einen großen. Aber die Kiste. Oh, was hat der in der Hand? Ha, da ist das Schwert drin. Oh, eins fehlt uns doch. Oh. Ja, da bin ich gespannt, ob wir das noch finden. Nope. Dann werden wir den nächsten Aufzugknopf einsetzen. Oh. Haha. Ja. Hm. 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 Oh. Oh. Wie es ihm den Knopf aus der Hand reißt. Oh yeah. Dieser König, dieser König, meine Freunde, der hat mich auf eine Probe gestellt, aber wie immer haben wir ihn aufbestritten und das nächste Mal werden wir uns in Stockwerk Nummer 7 begeben. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei und ich hoffe, euch hat der Bart auch Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Hallo. Hallo. Hahaha. Hallo. Bis zum nächsten Mal.